Es begann So, epic hier, wir spielen Aquarian Skies Da ist einer des folgenden Fails Fishing Rod bekommen Und noch mehr Fails Und noch mehr Fails Soll ich ehrlich sein? Okay Danke Oh Gott, nein Oh Gott Danke Norton, dass du mich austemmelst Und nun wird dieses Projekt Viberbelebt In einem Livestream von 17.30 Uhr bis 19 Uhr An jedem Dienstag, Donnerstag, Samstag Zusammen mit meinem Kumpel Pilot Teacher Auf dessen Twitch Kanal Wir sehen uns dann Euer Epic Und dann